Auf Telegram wurden hunderttausende Corona-Impf-Folgen vom Volk fürs Volk dokumentiert. Unzählige Volksstimmen auf Telegram beweisen globale Verbrechen an der Menschheit. Was passiert, wenn die sozialen Netzwerke unter Gleichgesinnten auf Telegram in sich zusammenfallen und in der Anonymität versinken? Dann melden Sie sich bei uns unter www.klar.tv slash telegram minus sichern. Wir setzen uns für die Sicherung aller relevanten Telegram-Kanäle ein. Der Telegram-Gründer Pavel Durov wurde am Samstag, den 24. August 2024 in Frankreich festgenommen. Und nach mehreren Tagen Haft wurde Durov unter strikten Auflagen wieder freigelassen. Er musste 5 Millionen Euro Kaution hinterlegen und darf das Land nicht verlassen und muss sich mehrmals pro Woche bei der Polizei melden. Es drohen ihm über 10 Jahre Gefängnis. Der Vorwurf? Durov soll nicht genug gegen die kriminelle Nutzung seines Messenger-Dienstes unternommen haben. Die Ermittlungen beziehen sich auf 12 mögliche Straftaten, darunter Beihilfe zum Besitz von kinderpornografischen Bildern, Drogenhandel und organisiertem Betrug. Die Verhaftung sorgt international für Aufsehen. Edward Snowden nannte die Verhaftung von Durov auf seinem X-Kanal einen Angriff auf die grundlegenden Menschenrechte der Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Tatjana Moskalskova, die Menschenrechtsbeauftragte Russlands, bezeichnete den wahren Anlass für die Verhaftung als den Versuch, Telegram zu schließen. Denn Telegram sei eine Online-Plattform, auf der man die Wahrheit darüber erfahren kann, was auf der Welt passiert. Mehr als 900 Millionen Menschen nutzen das soziale Netzwerk Telegram. Pavel Durov hat sich immer wieder als Verfechter absoluter Meinungsfreiheit bezeichnet und besitzt nach eigenen Angaben 100 Prozent der Anteile an Telegram. Im Interview mit dem Fernsehmoderator Taka Carlsen berichtete er von Versuchen verschiedener Regierungen und Akteure, Kontrolle, über Telegram zu erlangen. Diese habe er in der Vergangenheit erfolgreich abgewehrt. Pavel Durov durchlief im Jahr 2017 das Young Global Leaders Program des Weltwirtschaftsforums WEF, gegründet von Klaus Schwab. Ist Pavel Durov, dem WEF-Gründer, im wahrsten Sinne des Wortes aus der Schule gelaufen oder treibt er letztendlich die Ziele der WEF-Agenda voran? Dies kann nicht abschließend beurteilt werden. Tatsache ist, dass Telegram fast die einzige große Social-Media-Plattform war, die während der Corona-Zeit kritische Berichterstattung zuließ. Seit 2020 hat sich Telegram als zentrales Sprachrohr für die Verbreitung von freier Berichterstattung entwickelt. Aus Telegram ist eine News-Blase geworden, der auch im deutschsprachigen Raum Millionen Menschen beigetreten sind. Und diese Blase könnte platzen. Sind wir darauf vorbereitet? Um nur ein Beispiel zu nennen, auf Telegram wurden hunderttausende Corona-Impf-Volgen vom Volk fürs Volk dokumentiert. Rechtsanwälte, Ärzte, Virologen bis hin zu Pflegepersonal und unzähligen weiteren Berufsgruppen haben die jüngste Zeitgeschichte auf Telegram festgehalten. Auch vom Volk dokumentierte Kriegsverbrechen im Nahen Osten, in der Ukraine und so weiter sind heute noch aufrufbar. Unzählige Volksstimmen auf Telegram beweisen globale Verbrechen an der Menschheit. Zeugenrituellen Missbrauchsfinden gehör und vieles mehr. Was, wenn diese wichtigen Zeugenberichte von einem Tag auf den anderen nicht mehr verfügbar sind? Was passiert, wenn die sozialen Netzwerke unter Gleichgesinnten auf Telegram in sich zusammenfallen und in der Anonymität versinken? Es ist Zeit, aktiv zu werden. Dies können Sie zum Beispiel in zwei Schritten tun. Erstens, Sie folgen klar.tv erst auf Telegram oder haben noch gar keinen Kontakt zum internationalen klar.tv-Netzwerk? Damit Sie auch in Zeiten der fortschreitenden Internet-Sensur mit uns in Verbindung bleiben können, vernetzen Sie sich doch internetunabhängig mit unserem klar.tv-Netzwerk unter dem Link www.klar.tv-Vernetzung. Und zweitens, klar.tv hat Kontakt zu internationalen IT-Teams, die sich zum Ziel gesetzt haben, wichtige Zeitdokumente von Telegram weltweit zu sichern. Sie sind Betreiber eines öffentlichen Kanals auf Telegram oder kennen Betreiber von Telegram-Kanälen persönlich? Dann melden Sie sich bei uns unter www.klar.tv-telegram-sichern. Wir setzen uns für die Sicherung aller relevanten Telegram-Kanäle ein und arbeiten an der Bildung eines internetunabhängigen Netzwerks unter Kanalbetreibern. Das Ziel? Diese wichtigen Volksstimmen sollen als Zeitdokument gesichert werden und die persönliche Verbindung zwischen Kanalbetreibern hergestellt werden. Danke für Ihre Mithilfe, indem Sie auch dieses Video an wichtige Kanalbetreiber weiterleiten. Es hilft und betrifft uns alle. Herzlichen Dank für Ihre Treue! Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe, wenn Sie auch dieses Video anbauten werden, Vielen Dank.